Ich bin's der Michael Nikolaus, euer Prüster-Macher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne eine Maschinenvorstellung zeigen. Und zwar geht es mir heute um die ECM Puristica. Mich würde es total freuen, wenn euch das ein bisschen interessiert. Mir geht es ein bisschen darum, wie ist die Maschine aufgebaut und wie groß ist die Maschine. Für wen von euch als Kunden eignet sich die Maschine. Und wenn euch das Video gefällt, würde es mich freuen, wenn es euch gefällt mir, hinterlässt uns abonniert und gerne folgt. Und am allerlöbsten ist es mir, ihr kommt gerne zu uns in den Showroom bei uns vorbei und besucht uns einfach. Fangen wir mit euch an. Also, ECM Puristica, das ist eine ganz schöne kleine Einkreismaschine, die wirklich nicht groß ist, nicht groß aufträgt, nicht wuchtig, brummig ist. Für eine nette kleine Küche, für einen Profibarista, der ausschließlich Kaffee und Espresso trinkt, aber halt kein Teewasser und kein Milchschaum, nicht bräuchert wird. Die Maschine ist 20 cm schmal und 31 cm hoch und 33 cm, 34 cm tief. Also, wenn ihr die bei uns in der Ausstellung seht, dann seht ihr auch, dass das wirklich, die Maschine trocknet nicht auf und ist wirklich eine ganz kleine, liebe, süße Maschine. Haben aber, rein von der Innenverbauung und ihr kennt sie uns mittlerweile so weit, wir schauen die Gehäuse runter und schauen natürlich immer noch ein bisschen nach, weil wir einfach wirklich ein bisschen neugierig sind. Wie sind denn die verbaut, was ist verbaut und wie gefällt uns das. Da können wir also ganz gut unterschreiben, weil das, wie gesagt, der ECM ist, ECM Profitec, für den sind wir Fachhändler und die sind auch wirklich bärig verbaut. Also, überhaupt gar kein Thema. Die Maschine hat einen 3,25 Liter Edelstahlkessel drin, also die ECM Maschinen haben alle einen Edelstahlkessel drin, da drehen wir nicht mehr über den Kupfer. Eine 3,25 Liter, der heizt also relativ schnell. Die hat ein Fast-Hit-Hitting-System, das heißt, die Maschine ist irgendwo zwischen 11 und 15 Minuten einsatzbereit. Also, so 11 Minuten steht drin und das hat eigentlich auch relativ gut geklappt beim Probelauf. Wir haben jetzt die Maschine so klargebracht, weil es ist schon, wenn man das Gehäuse aufmacht, ist schon relativ viel Zeug drin, also alles, was man halt dafür brauchen tut, ein Resultat, ein Expansionsmetil, ein Kessel, eine Pumpen und so was. Aber sie haben den Wassertank da an der Seite. Das heißt, wir haben da, ich stelle es einmal auf Ihre, da ist der Wassertank, ein Glas-Wassertank, also ein Glas, kein Plastik, kein Bisphenol, keine Verunreinigung oder sonst was, sondern ein anständiges gescheites Glas. Und das ist gar keine schlechte Idee, weil ich, und das darf ich als Techniker aus dem Nähkästchen laudern, sehr viele Reparaturmaschinen kriege, wo man vielleicht den Wassertank vielleicht nicht ganz so genau anschaut und dann haben Sie halt Keuchplatten am Wassertank oder kleine Verunreinigungen. Oder ich habe Kundschaften, die mit einer breiter Wasserkanne arbeiten, wo vielleicht schon Aktivkohle rausfällt und der Wassertank schon schwarz ist von der Aktivkohle. Das habe ich da nicht, weil der Wassertank extern ist, der ist nicht in der Maschine versteckt. Ihr seht den Wassertank und wenn da jetzt was schwimmt oder wenn es bei uns heute in Chiemgau sehr kalkig ist, sich da Keuch abplagern tut, dann mache ich ihn halt einfach sauber, weil ich sehe es halt jeden Tag. Also von daher eine ganz schöne gewandte Sache. Es ist ein 2 Liter Glas-Tank. Es sind da zwei ganz stabile Ansaugschlauch und Überdrucksschlauch damit dabei. Ich stecke das bloß einmal an. Und was ich halt gewandt finde, ist halt, es ist ein Glas. Das heißt, wir haben wirklich, bei manchen Wassertanks ist so ein Plastik drin, das riecht schon so ein bisschen komisch und natürlich sind die Lebensmittel zugelassen. Aber bei manchen lebt halt auch, also wie sagt man denn, im Laufe des Lebens, sind ein paar Verunreinigungen drin und dann ist halt immer so eine Sache, wie man macht es sauber, reagiert das Plastik mit dem Entkalker oder so eine Geschichte, das habe ich da zum Beispiel gar nicht. Ich habe es jetzt hinten einfach mal angesteckt. Ich drehe die Maschine einfach mal um. Die Maschine hat jetzt hinten zwei schöne Steckplätze. Es sind etwa zwei Dichtungen drin, also das bleibt auch dicht. Also alles gut, gar kein Ding. Also ob doppelte Dichtung, ein sauberer, schöner, großer Teflonschlauch, der einfach da in die Maschine reingesteckt wird. Und das halt in den Wasserkessel. So, ich will aufpassen, gleich nicht. Das eine ist der Ansaugschlauch, der, das seht ihr da unten auch über den Schleuchern da, das Wasser in den Kessel reinbefördert und über die Brühgruppen in euren Kaffee. Das zweite Schleuchern ist der Überdruck. Der läuft eurer in den Wassertank wieder zurück und dann passt das. Dann haben wir da drin keinen Wassertank, nicht. Ihr seht es eurer rein, könnt ihr es eurer sauber machen. Was gibt es noch? Die Maschine hat als Eingreiser, hat die, wie sagt man denn, als Eingreiser hat die Vollausstattung. Und zwar, ihr habt da einen Drehknopf. Den darf ich euch gerne einmal nicht zeigen. Und zwar, dieser Drehknopf, mit dem kann ich den Pumpendruck, also das heißt das Expansionsventil, einstellen. Das heißt, ich habe manchmal Kundschaften, ein Barista, ein professioneller Barista, der eine möchte seinen Kaffee mit neun Bar und der andere möchte mit elf Bar Brühdruck. Das kann ich mit dem Linsieb da so einstellen, wie ich es gerne hätte. Und das ist echt eine ganz viel Sache, weil wenn es da hinten drin irgendwo als Schlitzraum verbaut ist, übernimmt man es vielleicht nicht her oder sowas. Und da kannst du es halt wirklich genau so nach Gusto, also nach deinem Geschmack, kannst du es da halt so einstellen. Also wirklich eine schöne Sache. Vorne, auf einmal Brühgruppen drauf, eine wunderbare Sache mit Achsen und Federn, die geht wirklich gut und einfach schön. Wir haben da, auf der Seite, das Brühdruckmanometer. Und zwar, der Kesseldruck, den sehen wir unten, das erkläre ich euch gleich. Aber das Brühdruckmanometer, empfinde ich jeweils ganz, ganz wichtig, weil ihr da eigentlich den Malgrad seht. Das ist der Brühdruck in unserem Siebträger drinnen. Und je nachdem, was ihr da eingestellt habt, zwischen 9 und 12 Bar oder sowas, seht ihr halt, das ist die Pumpenkraftbegrenzung, das heißt Expansionsventil. Und da seht ihr euch ein Malgrad von der Kaffeemühle. Das heißt, wie fein muss ich denn meinen Kaffee malen? Bin ich noch zu grob, bin ich vielleicht bei 5, 6 Bar, mal ich halt ein bisschen feiner. Also das da macht uns die Gaudi, den Kaffee, im Siebträger eigentlich ganz transparent. Und ich mag das sehr, sehr gern. Ich verkaufe ausschließlich Maschinen mit Brühdruckmanometer, weil es halt einfach die Sache, den Brühvorgang transparent macht. So soll doch das sein. Wir haben da hier unten, haben wir auch nochmal eine ganz schöne Sache. Deswegen sage ich ja, Eingreiser mit Vollausstattung. Ihr habt jetzt eine PID-Verstellung auch noch. Das heißt, das ist ja Eingreiser, das ist also eine sehr temperaturstabile Sache. Wir haben also da dieselbe Brühtemperatur, ohne wie beim Zweigreiser eine Mischtemperatur. Das heißt, ihr könnt mir da die Kesseltemperatur und damit die Brühtemperatur auch noch verändern. Fahre ich mit 92 Grad oder mit 89,5. So wie es ja lustig sei, einfach einstellen und das passt perfekt. Also wirklich eine schöne Sache. Dazu kommt, wenn die Verstellung da mit verbaut ist, dann habe ich aber auch eben einen Shot-Timer. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Kaffee ziehe, habe ich da ein kleines Stopp all drinnen, die man einfach einen Shot-Timer auch noch macht. Das heißt, wenn ich mein Espresso-Rezept mit 1 zu 2 machen möchte, kann ich das halt wirklich nachschauen, wie viele Sekunden ist mein Espresso-Shot gelaufen. Wir haben einen anständigen, gescheiten Siebträger, ein typischer ECM-Siebträger. Fürchterlich schwer, also richtig schön. Nein, fürchterlich darf man jetzt nicht sagen. Anständig, gescheit, schwer, mit einer richtigen, bärigen Qualität. Das ist ein Messingsiebträger, der ist vergromt, der hat auch ein Gewicht, der hat eine Wärmespeicherung vor allen Dingen. Und der gibt die Wärme auch nicht mehr so leicht ab. Also das heißt, da drinnen bleibt es mehr warm und deswegen sollen die auch so massiv sein. Selbst bei der kleinen Eingreismaschine. Ihr kennt das, da gibt es manchmal schon so Maschinen, die so Aluminium-Siebträger haben oder so Blechdingerchen oder sowas. Das können wir, glaube ich, alles irgendwo vergessen. Wir haben da die Auffangschale und auch da kann ich hin und her fahren und ich schneide mir nicht die Finger auf. Selbst bei der kleinen Eingreismaschine, die sind anständig schön verbaut und so soll es doch eigentlich auch sein. Ich bin Maschinenbautechniker, wenn da scharfe Kanten drin sind, dann mag ich das aber gar nicht so gern, weil es gibt so Bildergersteller, die haben das. Da schneidet ihr euch die Finger auf, wenn ihr euch eine Maschine putzen dürft. Das ist eigentlich schade. Also haben wir da überhaupt nicht. Ein ganz schönes, es ist ein dickes Blech, das ist kein, was sich irgendwie so ein bisschen einbiegen tut. Das haben wir auch manchmal in der Reparatur bei Fremdmarken, wo das so dünn ist. Und irgendwann biegt sich das einfach halt ein bisschen durch. Das ist auch nicht schön. Also von daher wesentlich massiver. Und ich tue es gerade wieder da rein. Jetzt ist es drin. So, ich habe, Entschuldigung, ich habe das vorhin so rübergetraut. Das ist mein Fehler. Ihr habt da nochmal eine schöne glatte Fläche zum rausputzen. Ihr kennt das, man hört da lauter so Plastiknasen drin und da putzt da ein Wolf. Und da hast du einfach eine ganz normale glatte Fläche. Da darf ich die zwei Schrauben für die Füße halt noch drinnen und das kann man sauber machen. Das ist eigentlich eine ganz schöne nette Sache. Das war die ECM Puristica. Ganz eine beherige schöne Maschine, dreiviertel Kessel, Edelstahlkessel, ein verstellbares Expansionsventil, ein Brühdruckmanometer, ein Shot-Timer und eine Temperaturverstellung. Ich glaube, dass man da schon davon sagen kann, das ist ein Eingreiser. Ganz süß, ganz klar, schnuckelig, aber mit voller Erstattung. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Waren wir eigentlich sogar schon soweit fertig. Einfach, dass ihr es ein bisschen gesehen habt. Folgt uns bitte gern. Schaut euch bitte gern das Video. Oder macht es uns am meisten Freude, wenn ihr einfach bei uns in die Ausstellung reinkommt. Maschinen steht da. Gibt es uns noch ein, zwei Wochen Zeit, dann haben wir das da alles mit Strom angeschlossen. Dann können wir jede Maschine auch laufen lassen. Und dann glaube ich, passt doch das soweit. Vielen Dank fürs Anschauen. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag noch.